Top-Manager Reitzle mit Weckruf Wohlstand ohne Leistung ist Illusion, Deutschlands Wirtschaftsleistung sinkt. Top-Manager Wolfgang Reitzle sagt, dem Land fehle es an Strukturreformen und das neue Leitbild eines anstrengungslosen Wohlstands ohne Leistungsgedanke wird die Spirale nach unten nur weiter verstärken, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Und damit entbrennt eine Debatte um die Leistungsfähigkeit des Landes. Top-Manager Wolfgang Reitzle hat dazu klare Ansichten, in einem Gastbeitrag für die Welt schreibt er, dass seit zwei Jahrzehnten zu wenig in die Zukunft des Landes investiert werde. Ausgebaut werde nur der Sozialstaat, an allem anderen aber gespart, die Infrastruktur, Schulen und öffentliche Einrichtungen leiden, für ein so reiches Land wie Deutschland ist der Zustand der Infrastruktur eine Schande. Wegen überbordender Bürokratie steht die mangelhafte Dienstleistung des Staates für die Bürger in eklatantem Gegensatz zur ständig steigenden Steuer- und Abgabenlast, so Reitzle. Anstrengungsloser Wohlstand und Abkehr von Leistung Deutschland wird zum Verlierer vieles in Deutschland, funktioniert nicht mehr, Reitzle sieht den Grund in einem neuen Leitbild anstrengungsloser Wohlstand und Abkehr vom Leistungsgedanken, das beginne bereits in der Grundschule. Die verschlechterten PISA-Ergebnisse deutscher Schüler etwa sprechen Bände, wie aber will Deutschland in den nächsten Jahren im globalen Wettbewerb bestehen, wenn Leistung weder gefördert noch belohnt wird, wenn man Besserverdienende steuerlich abstraft und gleichzeitig mit dem neuen Bürgergeld weiter in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen geht, wer Gerechtigkeit als Gleichheit interpretiere und damit eine Leistungsorientierung untergrabe, werde schnell zum Verlierer werden, so Reitzle in der Welt. Wir müssten eindeutig mehr statt weniger arbeiten, Deutschland, habe mit 1349 Stunden die kürzeste Jahresarbeitszeit der Welt und diskutiere über eine Viertagewoche. Dabei stecken wir in einer Stickflation, haben eklatanten Fachkräftemangel und müssten ganz eindeutig mehr statt weniger arbeiten, so Reitzle, doch der Fokus in Deutschland liege auf der Klimapolitik, mit der man das Weltklima quasi im Alleingang retten will. Die deutsche Politik mit ihrer Abkehr von Leistung, dem Anstreben von Gleichheit und dem Verfolgen einer unverantwortlichen Klimapolitik ist eine Gefahr, Deutschland brauche laut Reitzle eine faktenbasierte Politik der Vernunft und Marktwirtschaft. Noch habe das Land einen starken Mittelstand und eine geniale Wissenschaftslandschaft, es bedarf jetzt dringend einer schonungslosen Bestandsaufnahme und eines Eingeständnisses, dass viele Fehlentwicklungen viel zu lange nicht korrigiert wurden. Vor allem aber brauchen wir einen neuen Grundkonsens in unserer Gesellschaft jenseits der Work-Life-Balance-Kultur. Wohlstand ohne Leistung ist Illusion, so Reitzle, der mehr als zehn Jahre lang Vorstandschef des Unternehmensgiganten Linde war. Denn Wohlstand gelinge mit einer Marktwirtschaft, nicht mit einer Planwirtschaft.